Musik Unser Beruf bei der Polizei ist sehr spannend, verantwortungsvoll und sehr vielseitig. Er ist gerade in unserer Gesellschaft besonders wichtig und unverzichtbar. Das soll auch so bleiben. Ich bin in der GdP, weil ich als Kriminalpolizist aktiv mitgestalten möchte. Als größte Polizeigewerkschaft der Welt setzen wir uns mit 185.000 Mitgliedern im Rücken für alle beruflichen Belange ein. Wir möchten dir die Chance geben, mehr aus deinem Beruf zu machen. Wir vertreten alle Fachbereiche von Kriminal-, Schutz- und Bereitschaftspolizei bis hin zur Wasserschutzpolizei, die Verwaltung, den Spezialeinheiten und den Kampfmittel-Räumdienst. Ich bin in der GdP, denn als Einzelner kann man wenig bewegen, nur gemeinsam sind wir stark. Wir setzen uns für die Rechte aller Kolleginnen und Kollegen ein und machen keinen Unterschied zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten. Zuschläge für Nachtschichten, Wochenendarbeit und Spezialeinheiten sind dank der GdP längst Normalität. Wir möchten, dass du jederzeit gefördert wirst. Mit unserem umfangreichen Bildungsangebot machen wir dich fit für deine Zukunft. Unsere Literatur-Datenbank und die spezielle Fachliteratur helfen dir bei Referaten, Hausarbeiten und bei der Bachelorarbeit. Die meisten Beschäftigten im Kampfmittel-Räumdienst sind in der GdP organisiert, weil die sich um die brenzligen Situationen im Tarif kümmert. Bei Tarifverhandlungen sind wir ganz vorne mit dabei und kämpfen dabei für eine amtsangemessene Bezahlung. Profitiere auch durch unsere zahlreichen Vergünstigungen und Sondertarife, wie zum Beispiel bei Urlaubsreisen, in Fitnessstudios, für Gutscheinbücher oder bei Autovermietungen. Komm in die GdP, wir sind die weltgrößte Polizeigewerkschaft, auf jeder Dienststelle vertreten und immer für dich ansprechbar. Für uns gilt, ob persönlich oder am Telefon, über unsere Website oder in den sozialen Netzwerken, wir beraten und informieren dich gerne. GdP, wir sind deine stärkste Stimme. Werde auch du Mitglied und gestalte mit uns deinen erfolgreichen Karrierestart.